Alles macht ja einfach aussehen, aber das Einrangieren machen wir zu zweit. Ich mit der Fernbedienung, das hintere Ende und Kjartan natürlich am Lenker im 77er. Die Leute von Green Energy behaupten ja, dass wir hier unseren LKW reinkriegen, weil die Ford ja vier Meter hoch ist. Aber unser LKW ist ja auch vier Meter, so ich bin gespannt. Touchdown, die Kiste ist im Haus, die Arbeit ist verbracht, Fernbedienung erstmal ausmachen, es geht los, Solarpanels montieren.